Zwei 2 4 3 4 4 5 5 5 Ichira Den zu viel gegner doch einmal an glaube ich es ist das ding hat nur noch 99 leben und ist tot kreativ habe ich schon bei der dickzeit was sind wir wir waren schon bei der ausgabung ist sie ja ich habe noch 44 schuss in meiner waffe ich mache es erst mal abgang hier also ich bin auch du scheitern ist ja auch alles voll hoch tot schnell ins haus oder fasche ist marcus da unten ist auch party danke ich habe schon 25 wiederbelebungen was habt ihr sind in der giefer fahrt die stadt in der regie ach diese die piste ja die blauen zeichnung er leidig die blau diese roboter hätte ich auch alter was ist das alle nicht mehr weg ja die blauen roboter macht diese blauen roboter weg wo er habe ich wo schon wieder alter ich finde es nicht witzig dass ich ja die ganze zeit unter strom steht okay ich habe wieder ein bisschen gewehr munition 20 wir brauchen energie auf den okay ich weiß ich ja ich ja nein ich habe energie drauf gemacht ich glaube es lassen aber energie drauf gemacht ich mache auch die drauf dafür wie möglich dort und jetzt weil es ist erst mal ein bisschen friedlich die ausgrabung weil wir ich bin schon wieder dabei erfriert ist im haus war ja jetzt bin ich wieder weiter wir brauchen energie ja aber ich es wird roboter kommen wir müssen jetzt halten die ja super über anderthalb minuten energie rein energie rein natürlich haben wir fährt das ist nicht witzig wir müssen ja irgendwie damit hat jemand noch in der rung da ist er der bitte in der Sonne da fährst du dich hier ich nicht hier 4 im Schatten zu erfrieren ist es ist behindert da wäre wieder meine energie mehr wettig jetzt ist sie das stille einfach also leider das ist die letzte mission heute alle machen wir sind fast eine stunde schon ja komm schon gönn dir gönn dir energie drei prozent noch da kommt verstärkung angeflogen es müsste jetzt reichen der excavator hat keine energie mehr achten sie das sind ok ich habe keine energie keine munition mehr bei der hauptwaffe ja spaß da momentan noch umgehen mit wir haben wir nichts mehr das reicht auch nicht für den excavator der geht wieder leer bei 9 sekunden ne bei 10 sekunden ok lassen wir uns schauen ob wir hinten noch irgendwas liegen haben wo akkus kommt wo wir eben die paar abgeschlachtet haben ja die schausten hier vielleicht da war gut ja ich habe wieder 40 Gewehrposition vorliegen ja hier den erhöht ist doch was ich komme wieder mit energie eins reicht ja alter was ist was ist dieses diese mission ist so hardcore ich hab zu zweit schaffen wir das nicht wir sind zu dritt ja aber zu zweit hätten wir es eh nicht hätten wir es nicht geschafft ne dann würden sie es nicht schaffen ich habe es aber auch zu dritten grad so so bohra läuft soll es hier wieder waren wir sehr schön lädt sich wieder auf dann komm schon jetzt muss es aber reiche ja wir haben es gefunden ok raus hier wir haben es das richtige teil Leute weg hier oder folgt mir der grüne Punkt jetzt wir müssen weg was ist das andere was wir noch machen können du hast es gerunden weiter krypton sammeln ja diese ein dickseite die ich grad mit der Energie fertig gemacht habe war es drinnen das teil blau pause ja nein wir wollen diese dickseite nicht mehr starten soll man sich nochmal probieren wohin wenn du weißt was passiert das könnte auch zu c gehen das läuft wo ist markus ja der ist bei c ja komm dann c markus foto will c machen nein foto will weiter machen ok dachte mir eh nicht mehr ja und ok ich glaube wir müssen wieder energie holen bei der weine die 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 lang so ruhig ist sobald los geht kaum ab er aber dann ist es aber wieder schwieriger aber es ist nicht schwierig ich habe volle energie die wir auch voller energie mit 145 120 da hinten liegt der leben oder schild energie also leben nein energie also schild die richtige energie die blitz energie achso ich habe 130 habt ihr noch ja wir haben zwei energie sehr kanzler hat auch nicht glaube ich habe auch noch eine holen holen doch das reicht nein nein wir brauchen drei stück wo es dauert so ewig absehender fingert so zu ewig ja er auf dem dauernd shift und dann der andere die ganze Zeit eh dreck oh 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 gut oh oh ständig ich brauche wegpunkte oh man fuck deine karte weißt du wo ich im labirin stehe du hast wegpunkte danke zwei stück sogar mit dem abstand von ungefähr zwei Meter das ist keine gute irritiert ja ich bringe ein paar Kumpels mit ne what oh nein das sind nicht viele nein sind ja jetzt schon da das ist nur die Vorhut das ist nur die Spione oh ich stehe hier irgendwo auf der Eisfläche ich muss oh die sind wieder bei der Dickzeit kommt hierher kommt hierher hier ist sowas schön warm ah der fuck da ist so ein Energiesacker und wir haben wieder dem Laufhaus gefunden wir finden nichts anderes mehr glaube ich ja jetzt bin ich auch echt für Abflug weil mein Schild ist mein Schild ist mein Schild hallo ich habe Aufzug gedrückt hallo ich habe Aufzug gedrückt ach achso Halt die Schnauze jetzt kannst du das selber suchen die dritte ja wow Vorsicht Eiswasser was Scanner fuck jetzt ist hier so ein Ding gelandet ich bin ich bin ne 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 wir müssen da lang zur Flucht hast du das nicht wollt ihr folgt zur Flucht ja nicht anlegen dass in die Energiefucker die Flucht ist hier hoch ah hier ist der um der Lüftung schafft aber ich kann mich auch ja jetzt war der Warte doch mal schnell warte doch mal ab warte doch mal ab hat ihr wollt noch geht's noch geht's ja dann brauchen wir wieder Energiefurtur ja jetzt war doch vielleicht kommen nur ein zwei Leute jetzt macht doch mal chill mal dein Leben hier okay ich hab 20 Schuss in der Hauptwaffe das ist halt die anderen 29 hat 0 hinterher schießt einer okay 20 ja bei mir irgendwo kam Schüsse her aber ich sehe keinen hat auch hier so ist er nicht mehr ich war da die Dabschlacht ja genau so wie keine Energiefurtur hast du Energiefurtur hat er Energiefurtur nein das war ja keine Energiefurtur das heißt jetzt müssten wir wieder zurück zu der Grunde die du grad geholt hast in mir warten vielleicht kommt noch was da hinten kommt was aber da ist auch wieder keiner keine Munition vergeulte besser da okay da kommt wieder ein Roboter da hinten kommt wieder ein Busseider hat hm richtig trefft ihr nicht ich warst ja immerhin so hab ich so abgedacht wenn ich meine Zimmertürschuf komme danke schön hier ist ein Aufzug oder da hast du mir hergekommen glaube ich oder jetzt habe ich schon 40 Schuss echt sind wir von dem Aufzug hier nein nein ohne überhaupt scheiß Energie Sacker fuck es hier dunkel ich glaub das ist keine gute idee hey hier bin ich wieder da ich bin wieder am selben Ort glaube ich okay lass uns vergessen wieder zurück zur futter kommst du? so, ja oh, sind wir auf He gedrückt ja, und Futur kommt jetzt von rechts hallo Sonderentheferung wollen wir jetzt vielleicht doch mal einen Rückzug machen? ja irgendwas schießt hier halt dass ihr das so blauer ich hab ihn komm, ich glaub, wir haben alle abgeschlachtet der hat den Expekte angegriffen der Depp da hinten läuft ne, das ist Wackes da hinten geht das könnte schon sein, so wie wir am Anfang geschlachtet haben das jetzt einfach nicht mehr kommt ja, das ist ja frisch ihr müsst halt die Energie vom Staat wiederholen, aber das wird jetzt zu blöd der Foto kann ja gehen, wenn er will wir flüchten jetzt, da wir haben die Blaupause jetzt schon zwei Mal gefunden es hat zwei erst einmal ja 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 von der web ich jetzt weggeschleudert alle wir zurück waren ich habe weg geschleudert futur hinter uns wie voll komme ich jetzt wieder zu euch zurück muss ich das echt komplett laufe da jetzt komplett weggeschleudert irgendwie gehört da kann schon weg weg machen weg machen weg machen weg machen weg machen dann wird doch scheißpistole immer ich wusste noch bald aber auch keine Ahnung wie wir zu dem zurückkommen um ehrlich zu sein Foto ist am Sterbe Ah ja, hallo schön, dass du tot und sagst, dass du tot bist mein Mikro ausgabt Schlauweier kein wenig dafür Ich hab's vergessen, die Flüchte jetzt mal, oder? Ja Wir gehen oder geht zu dir, ja oder geht ja nicht zu dir, ja oder geht ja nicht zu dir, ja oder geht ja nicht zu dir, ja Wir gehen jetzt Ich hab wieder ganz viel... Was ist... Ja, schau dich auch wenn du auf diesen Ventilator da leust, ne? Ich fliege voll weg Oh, warte auf drei... zwei von drei Mitspielern Ah, Schluss Okay, weg hier Alter Alter Das Ding ging jetzt fast eine Stunde Alter, wie ich abgegangen bin 286 Kills What the fuck? Wie viele Kills? 286 Wie viel hab ich gemacht? 92 Oh, das ist bitter Boah, das war eine richtig krasse Mission Wir haben zweimal die selbe Blaupause abgesahnt irgendwie Ja, das sieht man hier nochmal Wir haben zweimal die selbe Blaupause abgesahnt Aber ich würd sagen, Leute Alter Ich geh jetzt mal hier auf die Blaupause drauf Was es denn ist Hier Undata Und dafür müssen wir jetzt ja hier Diesen Undata Flügel bauen Dafür brauchen wir eine neue reale Sonze Sonde Sensoren Sensoren Und dafür allerdings müssen wir auf Jupiter Jupiter haben wir noch nicht freigeschaltet, Leute Also würde ich sagen Und ich brauche Rubedo Rubedo Ja, davon habe ich schon genug Da habe ich 1428 Aber Leute, ich würd sagen Wir sehen uns dann mal mit der nächsten Quest Mission Äh, mal schauen, ob wir noch mehr Blaupause finden Die wir dann irgendwie noch erledigen müssen In der nächsten Folge Was siehts hier Äh, Quest ist noch am Laufen Hier Die Art Schwing Aber wir haben keine Mission mehr grad eben Von Die Art Schwing Das heißt scheinbar ist unsere aktuelle Mission Dieses Ding fertig zu bauen Wofür wir dieses Sensor brauche Oh, ich hab fast alles für die Flügel Bevor wir diesen Sensor nicht haben Wir haben Mir fehlt nur der neue reale Sensor Ja, der und der Er fehlt Und wenn ich den hab, dann Können wir den Schweinbar Irgendwie hab ich auch keine neue Mission bekommen Keine neue Quest Mission Mir fehlt noch Moffit Der Art Schwingen hat keine neue Mission im Moment Das heißt, wir müssen jetzt als nächstes Ziel Die neue realen Sensoren finden Aber ich würd sagen Da kümmern wir uns die Tage mal drum Vielleicht mal auch außerhalb der Ausnahme Weil das ist dann schon wieder eine etwas längere Farbing Session Wahrscheinlich, so wie ich das einschätze Habt ihr auch den Odonato Hanisch? Den was? Den hab ich auch Ich hab Odonato Ich hab zwei Blaupausen Einmal den Hanisch und einmal den Flügel Ja Ich hab nur den Flügel Ich hab Flügel und Hanisch Warum? Weil begeistert Ja Und wo findet man das Zeich? Da Wir haben es alle beide da hier gefunden Alles in der Mission Wahrscheinlich musst du alle vier Teile in der Mission finden Welche vier Teile? Ich hab nur drei Die Oricon Zelle Die Odonata Systeme Die Odonata Hanisch Und den Odonata Flügel Ich google mir das mal Ich les mich da mal ein bisschen ein in diese Quest Und Leute ich würd sagen Bis zum nächsten Mal Weiß ich dann vielleicht ein bisschen mehr Und wir können dann Vielleicht auch mit der nächsten Quest weitermachen Wenn wir dann den Flügel fertig haben Weil ich glaub das wird schon ziemlich geil Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschau